Wo ist die 2. Panzerdivision? Wird's bald? Panzer? Aber Herr, Herr Kommandant! Aber Herr! Seit der Ruhmstedt-Offensive haben wir keiner Panzer mehr gesehen. Na und Sie, Herr Webe, all das Rollrad. Was? Jawohl, Herr Kommandant! Dann werden Sie wohl auch wissen, wo die Panzerdivision ist! Ich weiss nur, dass wir alle im Arsch sind. Komplett im Arsch! Komplett im Arsch! Das waren doch Zeiten, was, Adler? Der rechte Unrecht. Trinken Sie jetzt auch so viel? No! Adler, trink nicht! Adler ist Jude! Oh, pardon, Komodist! Adler, I love you. Adler, I really do love you. Aber ihr scheiß Juden habt uns ja immer verachtet. Warum? Weil wir trinken. Was? Adler? Na, meine Dorosie wird mich schon wieder austreiben. Hm, Susi? Yes, Captain. Ich muss heim. Bye! Bye! Ich hatte es nicht zu sehen. Ihr Vater war übrigens im KZ. Na, das ist vorbei. Fuck the KZs. Scheiße! Ist doch nur besoffen! Wieso? Merken Sie nicht, was hier gespielt wird? Wir finden doch die große Verbrüderung statt! Okay, Adler. Take it easy. I love you. Was, you love, Männer? Das habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Here we go, girls! I love all of you! Habe die Ehre, Master Sergeant. Habe die Ehre, Herr Wolf. Welcome in Wien. Ach, unser Freund von der anderen Feldpostnummer. Haben Sie es eigentlich damals abgehauen? Immer nur vorzeitig entlassen. Dabei habe ich all die Papiere in Ordnung. Klassungsschein, alles erstklassig. Und warum? Warum nicht? Es war ja sehr leicht. Schwungerlich ist man halt worden. Der Alfred Wolf ist mir auf eine Kleinigkeit draufgekommen. Parteimäßig. Haben Sie mir nicht damals erzählt, Sie waren Kommunist? Und das war noch früher. Dann war ich ein bisschen ein Nazi.